hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute werde ich weiter die klassische herausforderung spielen für den abzeichen und wollte noch was sagen dass wir langsam nicht mehr so viele jams haben also wir haben noch acht versuche an 87 jams und das war es dann auch und ich möchte mit agent jetzt den abzeichen hätten schulen wir hatten fast 300 jams wo wir angefangen haben jetzt haben wir noch 80 und ich möchte jetzt endlich schaffen weil wir es jetzt nicht schaffen haben dann gefühlt fast 300 jams für nichts verbraucht und jetzt auch mit agent verkaufen könnte auch mal hochzeige 2.6 aber sollten nicht regeln genau so nie kann jetzt Mega Lacker ist dran. Er wirft nen Feuerball drauf. Er wirft nen Feuerball drauf. So You gonna come E-joint Scheiße Das Lichtbreit so heftig auf dem Rücken Boah, ein richtig guter Blitz Schlechtes Gnetz auf dem Fall Holy shit Das war richtig knapp Schlechtes Gnetz Schlechtes Gnetz Schlechtes Gnetz Schlechtes Gnetz Schlechtes Gnetz Schlechtes Gnetz Untertitelung des ZDF, 2020 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 er bringt ganz sein allerdings erdbeben gut jetzt erstmal dann mein agent davon hat mein bomben gelebt ja ein bisschen schon hat der jetzt mehr gemacht aber nicht schlimm ich habe die bogenschutzkühle nicht so perfekt mit dem leder gezogen oder ja so ein stück und sie blitzen schluss ein tun ich finde ich schon ein agent und hab so sein tun es muss er noch mein tun was ich jetzt machen könnte einfach das hier ach man so 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 let's go ja die war auch noch dran ja reicht aus toll ey digga hier schon wieder zwei los das nervt langsam ja ich hab nur noch 80 gems alter das ja so 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 und schon gut verteidigt und so ist ein bomben tor weg der nieder war von ihm unnötig die agent ist eh dran und würde auf den turm holen wenn er nichts bringt ist das der turm das ist so viel durch hat er aufgegeben hat jetzt aufgegeben dort jetzt nicht auf dem schweiß jetzt nicht eine gestrick auf drei kronen ich glaube schon das auf dem gehen wird da kommt noch jemand auf drei kronen ich glaube das auf dem gehen wird perfekt let's go dass er aufgegeben hat auch und wenn so das sind wir verkacken da lassen sie lieber diese runde auch noch verkacken oder gewinnheit ich weiß nicht aber den turnier werden wir nicht mehr gewinnen brauchen wir einen neuen dann stehe ich lieber was dran er hat meinen turm ich hab seinen turm ich weiß nicht was er mein turm hat er hat nicht mein turm aber ich hab sein turm so auch immer mega locker Scheiße Alter, wir haben so gut einen Schrank gemacht. Nichts in die E-Jones. Was ist das Alter, reicht ein Blitz aus? Ja, reicht aus. Alter, was wird das? Oh mein Gott. Das freut sich. Was ist das Alter, reicht ein Blitz aus? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, geht. Jokers immer gut. Dann mach ich aber das nächste Turnier für den Video. Falls ihr meinen Clan wollt, jeder kann rein. In meinen Clan wird auch öfters Clankrieg gespielt. Ist ein aktiver Clan und ich freue mich, wenn ihr meinen Clan seid, also mein Clan kommt. Falls ihr meinen Clan wollt, müsst ihr mindestens 4000 Trophäen haben oder halt mehr. Falls euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und unterstützt mich kostenlos mit einem Abo. Vielen Dank und viel Spaß noch. Ja.